Guten Morgen aus Köln. Ich starte erstmal nur mit diesem Brötchen hier. Das ist aus meiner Kölner Lieblingsbäckerei. Wenn ihr mal in Köln seid, könnt ihr sehr gerne mal beim Bäcker Kuhl vorbeigehen in Ossendorf. Das ist einer meiner Lieblingsbäcker überhaupt. Wie ihr gerade hören konntet, bin ich in Köln und zwar für 10 Tage insgesamt. Das heißt, diese ganze Food Dairy Woche wird jetzt aus Köln sein. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Nach dem Brötchen am Samstagmorgen bin ich erstmal zum Sport gegangen und habe mir danach dann Schokohaferflocken gemacht. Und da ich halt schon Sport gemacht hatte, war ich relativ hungrig. Es war auch schon relativ spät, deswegen habe ich noch ein paar Kirschen und Weintrauben hinterher gegessen. Dann gab es zwischendurch einen Latte Macchiato und wieder ein paar Kirschen. Und abends habe ich dann nochmal Reissalat gegessen. Wenn ihr meinen Food Dairy vom letzten Mal gesehen habt, dann habt ihr den schon gesehen. Das war einfach der Rest vom Vorabend. Am Sonntagmorgen gab es dann wieder Brötchen zum Frühstück. Und ich habe leider vergessen, das zu filmen. Aber ich habe das Stück Schokoladenkuchen gefilmt, was ich danach noch gegessen habe. Und ein bisschen Obst dazu. Danach habe ich dann ein paar von diesen Nachos hier gegessen. Die sind wirklich sehr, sehr lecker. Habe ich zum ersten Mal gegessen. Wenn ihr die irgendwo mal seht, dann probiert die unbedingt aus. Am Nachmittag habe ich dann einen Schokokuchen gebacken. Der war allerdings erst für den nächsten Tag. Also werdet ihr gleich sehen, wofür ich den gemacht habe. Abends wurde dann gegrillt. Und zum einen gab es Grillgemüse, einmal Paprika und Zucchini. Und dann habe ich gefüllte Pilze gemacht. Die habe ich einfach mit Frischkäse, den Champignons-Stielen, ein bisschen Tomate und Kräutern gefüllt. Dazu gab es dann noch Halloumi, also Grillkäse und einen Salat. Der bestand aus Paprika, Tomate, Gurke und einem Dilldressing. Und dazu gab es noch leckeres Fladenbrot und ein paar Oliven. Und als Nachttisch ein kleines Eis mit frischen Erdbeeren. Der Montagmorgen startet wie immer mit Schokohaferflocken und einem Eiskaffee, weil es einfach super heiß war. Mittags habe ich dann einen kleinen Salat gegessen. Und zwar ist der von Natsu. Das gibt es bei Rewe häufig. Ich weiß nicht, ob es das auch in anderen Läden gibt. Aber bei Rewe habe ich es zumindest schon oft gesehen. Und zwar ist das ein Edamame-Salat mit Quinoa und ein bisschen Gemüse. Und den finde ich sehr, sehr lecker. Und der macht auch eigentlich ziemlich satt. Also obwohl er so klein ist, ist man danach ganz gut gesättigt. Nachmittags habe ich dann noch ein paar Kirschen gegessen und noch insgesamt zwei Eiskaffees getrunken. Abends gab es dann ein Krimi-Dinner. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Ich habe das im Februar schon mal gemacht und damals auch in meinem Food Diary-Event. Und zwar kann man Spiele kaufen, fertige Spiele, aus denen man dann einen Krimi-Dinner selber gestalten kann. Das heißt, man lädt zwischen sechs und acht Personen ist das meistens. Lädt man ein. Jeder ist dann eine Figur. Und im Laufe des Abends stellt sich dann heraus, dass einer der Mörder ist. Und darum gestaltet man halt dann ein Drei-Gänge-Menü. Und ich finde das immer sehr, sehr witzig und es macht wirklich sehr viel Spaß, weil alle so ein bisschen schauspielern müssen. Und ja, es ist sehr interaktiv, das Spiel. Ich kann euch auch gerne mal so ein Spiel in die Infobox verlinken, weil das wirklich eine coole Alternative zu einem normalen Spieleabend ist. Und so hatte halt jeder quasi einen Gang mitgebracht. Und wir hatten als Vorspeise Tapas. Da hatten wir einfach diese gebackenen Kartoffeln, dann ein bisschen Oliven, saure Gurken und Brot dazu und verschiedene Dips. Als Hauptspeise gab es dann eine Lasagne, einmal vegetarisch und einmal mit Fleisch. Und als Nachtisch dann den Schokoladenkuchen, den ich am Vorabend gemacht hatte. Und zwar ist das eine französische Tarte au Chocolat, das heißt, die ist innen so ein bisschen saftiger. Und dazu gab es Vanilleeis und frische Erdbeeren. Und als wäre ein Nachtisch nicht genug, gab es dann noch einen zweiten. Und zwar ist das griechischer Joghurt mit Schokoladenflocken und Obst. Danach war ich dann super voll. Am nächsten Morgen hatte ich auch nicht direkt Hunger, wie ihr euch denken könnt. Dann habe ich nämlich etwas später erst meine Schokohaferflocken gegessen und auch wieder einen Eiskaffee dazu getrunken. Mittags gab es dann Balinesisch und zwar war das von Warung Bayou aus dem belgischen Viertel in Köln. Die haben wirklich sehr, sehr leckeres Essen, wie ich finde. Und mittags haben die auch immer eine coole Mittagskarte, wo man sich was aussuchen kann. Und ich finde halt besonders cool, dass die immer wirklich super frisches Gemüse und auch richtig viel Gemüse drin haben, wie ihr hier sehen könnt. Und das Ganze habe ich dann mit Tofu gegessen. Und die Portionen sind wirklich immer riesengroß, dass man eigentlich zwei Portionen daraus machen kann. Ich habe es dann aber in einem gegessen und hatte dementsprechend den Tag über dann keinen Hunger mehr und habe dann abends einfach noch ein paar Kirschen gegessen und zwischendurch noch einen Eiskaffee getrunken. Mittwochmorgen war somit der heißeste Tag in dieser Woche. Deswegen habe ich wieder einen Eiskaffee getrunken und ein Glas Wasser mit Eis und habe dazu dann meine Schokohaferflocken gegessen. Mittags habe ich dann einfach nur ein bisschen Obst gegessen, ein paar Kirschen und Wassermelone, weil es dann später noch auf ein Sommerfest ging. Beim Sommerfest gab es dann verschiedene Sachen vom Grill. Ich habe unter anderem erstmal nur einen Maiskolben gegessen mit Salat und Brot. Das habe ich nicht gefilmt, aber hier seht ihr jetzt, was ich dann später gegessen habe und zwar einmal Tomate Mozzarella. Dann gab es noch ein paar libanesische Spezialitäten und zwar habe ich da Falafel gegessen und diesen Couscous Salat und dann gab es auch noch einen sommerlichen Kartoffelsalat. Und als wäre das alles nicht genug gewesen, habe ich dann auch noch eins gegessen. Es gab einmal von Hagen Dazs Salted Caramel und irgendwas mit Himbeere Mango oder so. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Dann, wie an jedem anderen Morgen auch, gab es wieder Schokohaferflocken mit einem Eiskaffee. Mittags gab es dann gegrilltes, unter anderem einen Wassermelonensalat. Das habe ich so in der Konstellation auch noch nicht gegessen. Das war zusammen mit Minze und Feldsalat. Dann gab es einen mehr oder weniger klassischen Nudelsalat, einfach mit Nudeln, Salat und getrockneten Tomaten. Und ich habe dazu dann noch ein bisschen Grillkäse, Grillgemüse und ein bisschen Feta gegessen. Zwischendurch gab es dann mal wieder einen obligatorischen Eiskaffee. Und abends wurde dann schon wieder gegrillt. Diesmal gab es einen leichten Salat, einfach mit Dilldressing, Gurke, Feta-Käse und Salat. Und dazu ein bisschen gegrillte Paprika, Brot und einen Grillkäse. Mein Freitagmorgen bestand dann eigentlich nur aus Zwieback. Ich habe das immer so, dass wenn mir ein bisschen schlecht ist, ich sehr, sehr gerne Zwieback esse und dazu Cola trinke. Ich weiß, das ist nicht das Idealste, aber für mich persönlich ist es das, was mich immer am besten fühlen lässt. Und was mir auch hilft gegen Bauchschmerzen ist Zucker, auch wenn es irgendwie absurd klingt. Aber ich habe mir dann mittags ein Karamell Macchiato von Starbucks geholt. Die gibt es ja einfach so im Supermarkt in der Kühltheke. Und dazu ein Snickers-Eis und ein Laugeneck. Abends habe ich dann noch einen Geburtstagskuchen für eine Freundin gemacht. Der ist mit Absicht so in dieser Kinderoptik, dass er aussieht wie ein Kinderkuchen. Auf dem Geburtstag habe ich dann noch ein bisschen was vom Buffet gegessen. Da war es aber schon so spät, dass es irgendwie zu dunkel war zum Filmen. Also die Lichtverhältnisse waren nicht mehr so ideal. Das war einfach insgesamt ein Grillbuffet mit vielen Salaten und Brot und Aufstrichen und auch ein paar Kuchen. Das war es von meinem Food Diary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Food Diaries kommen ja jetzt auch wieder in regelmäßigeren Abständen, nachdem ich eine kleine Pause gemacht hatte. Ihr könnt mir aber auch sehr gerne auf Instagram folgen. Dort poste ich auch immer sehr viele Bilder von meinem Essen. Und nehme euch bei Inselstorys ein bisschen mit. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.